Liebe Poké-Freunde, Obito wieder hier und ja, heute Pia und Draghi-Sumplex-Nidoqueen-Action und ja, GoFest ist ja jetzt seit dann gestern Abend vorbei, aber es war einfach klasse, also es hat so Spaß gemacht und die Leute, die da waren, echt cool, Grüße gehen raus an der Telekom. Gruppe Go-Dach-Liga, alles tolle Menschen, ja und wir gehen rein und wenn ihr da auch mal rein wollt oder mich unterstützen wollt, einfach ein Abo dalassen und der Gruppe dort beitreten, ist eine sehr gute Gruppe, sehr gute Truppe, sind genau 100 glaube in dieser Gruppe oder auch in Blondards Gruppe, da sind auch einige aus der Dach-Go-Gruppe. Schleimock Ja, Schleimock ist in Ordnung erstmal. Ich hätte auch in Nidoqueen gekonnt, aber Nidoqueen wollte ich mir noch aufheben. Nidoqueen spiele ich übrigens mit der Steinkante. Säurespeier war ja klar. Hier hauen wir mal das Erdbeben direkt raus. Kein Schild, das ist gut. Ja, so ein Peck frisst so viel Schaden. Ich seh jetzt jetzt einfach ein. Ja, Peon und Ragi gewinnen den Lada-Tackenleinstand, was gut ist. Wir müssen da also nochmal schälen. Okay, er hat selber nicht mitgerechnet, dass er das überlebt, scheinbar. Okay, hier gehen wir in Nidoqueen ganz einfach. Straight. Ja, Finza Aura schilde ich hier nicht. Tut zwar weh, ja. Was war das denn? Ich brauch mein Schild gegen Lauchzlot. Weil das Vieh echt noch nervig wird. Okay, jetzt wird's überhaupt nicht mehr nervig, glaube ich. Denn ich schilde jetzt hier einmal. Ich brauch ja nur den Schild, ne? Ich brauch ja nur den Schild. Okay. Danke. Danke, dass du mich geschildert hast. Ja, deswegen liebe ich irgendwie Nidoqueen mit Erdkraft und Steinkanne. Schade, dass das jetzt zum Schluss kein Fjara war. Und ich merke gerade, dass ich mein Dings-Tablet laden muss. Muss ich mal kurz anschließen. Wird langsam kritisch. Aber das ist ja alles kein Problem. Ladekabel ist immer vor Ort. Okay, es waren noch 42 Prozent. Okay. Zeigt aber gefühlt weniger an. Aber okay. Ja, ich bin auch jetzt die Tage wieder ein bisschen mit den Punkten gestiegen. Gerade hier mit diesem Team. Ich fand das sehr gut. Halt ein ABB-Team. Und halt Nidoqueen mit der Steinkante. Wo ich den einen oder anderen Gegner mit überraschen kann. Gerade Fjara-Gegner oder auch Walreiser-Gegner. Weil Tatsache ist, wenn ich Steinkante lande, kann ich mit Glück Walreiser sogar runterfarben. Kriegt natürlich einen Eisspär. Aber ein Eisspär kann Nidoqueen auf jeden Fall tanken. Was dann gar nicht so dramatisch wäre. So, Enro, Kosi, Fredi. Ja, Sumpex-Führung mag ich überhaupt nicht. Sumpex-Führung mag ich überhaupt nicht. Okay, er geht in Christia. Was in Ordnung ist. Wir gehen direkt auf Erdbeben. Oh, gegen Sumpex wird noch richtig knackig, ne? Ja, ich werde hier nichts schilden. Hast du Strockler? Natürlich hast du Strockler. Oh, Erdbeben hätte ich gehabt. Mist. Ja, ein Schild werde ich kaum bekommen. Hätte nicht gedacht, dass ich noch Erdbeben schaffe. Mundgeweih tut weh. Ich muss hoffen, dass es ein Strauchler ist, ne? Es ist ein Strauchler, perfekt. Er setzt leider auch ein und er hat noch leider so viel Leben. Und das Problem ist, ja, Sumpex-Führung ist hier richtig ekelhaft gegen das Team. Okay. Ja, lass mal drauf gehen jetzt. Ja, ich muss schilden. Okay, er geht sogar auf Erdbeben. Das ist perfekt. Ja, leider schenke ich ihm... Das... Eierschild nicht. Das ist schon mal gut. Oh, bitte schildere nicht die Steinkante. Bitte schildere nicht die Steinkante. Schildere einfach nicht die Steinkante. Ich habe Erdkräfte-Giftzahn. Ich habe Erdkräfte-Giftzahn. Jawohl. Oh, ich hätte es verloren, Leute. Oh, der Gegner wird sich so ärgern. Okay, ich habe ihm Erdkräfte gezeigt und ich habe ihm nicht Steinkante gezeigt. Aber das meine ich. Das meine ich. So was meine ich. Das ist geil. Den Kampf hätte ich mit Sicherheit nicht verloren. Aber Nido-Queen rettet den Tag. Ich finde Giftzahn ist gar nicht mal extrem so notwendig. Weil man hat ja Gift-Hieb gegen die ganzen Fänen. Das zieht schon ganz schön gut ab. Pion Draghi gegen Pion Draghi. So, Knöscher 1 kommt. Und danach wechsel dich raus. In Sumpex, ne? Hier kann er gerne einen Knöscher draufballern. Walreiser, das ist in Ordnung. Hier gehe ich auf Erdbeben. Erdbeben. Wird nicht geschildet, was gut ist. Oh, er legt aber echt viel Energie auf. Das ist in Ordnung. Schild ist da. Ja, und Pion Draghi gewinnt gegen dich eine Lade-Attackenleistern. Was gut ist. Ja, er kann natürlich fairerweise zur Attacke rausholen, was in Ordnung ist. Steinkante kommt. Mal sehen, ob er die schildert oder respektiert oder whatever. Oh, er respektiert die. Ja, es ist in Ordnung. Die Nitroladung kommt. Ja, ist in Ordnung. Ja, auch in Ordnung. Jetzt einsetzen, ganz wichtig. Das haut das Pion Draghi hier weg. Die haben gut Energie. Und hier muss er einsetzen, ne? Hier schilden wir jetzt. Ja, jetzt. Und jetzt kommt die Steinkante. Und das Fiaro ist weg. Ja, der Gegner hier, der hat schon dran gedacht, dass Nidoquin tatsächlich Steinkante haben kann. Und ja. Läuft sehr gut. Wir gehen in den nächsten Kampf. Ah, das Team macht hier Bock. Das macht echt Bock. Hyperliga finde ich auch mittlerweile eine Ecke besser als Hyperliga. Natürlich Top 1 für mich ist Meisterliga. Och ne. Aber vielleicht passiert das wie vorhin. Oh ja, das ist selbe Sonntags wie ich. Immerhin im Gleichstand. Das ist gut. Auch mit so wenig Leben kann Pion Draghi noch gut sein. Deswegen speichne ich mir das meistens gerne auf. Das ist das nervigste Vieh hinten überhaupt für mein Zoom Packs. Ah, ich hab zum Glück Erdbeben. Er schildert das Erdbeben. Okay. Er hat Probleme. Jo. Dann schildere ich doch auch einmal und mache trotzdem das Erdbeben. Ja, jetzt kommt es durch. Ich schildere das sogar. Ich mache jetzt hier die Aqua-Rubitze. Gehe jetzt hier rüber. Ja, das ist in Ordnung. Ja. Genau, ich sollte einen früher... Ja, er hat ein Schild leider. Schildert er das? Nein, Gott sei Dank. Jetzt kommt der Tantel wieder rein, ne? Es kommt auf sein letztes Pokémon an. Ja, er schafft leider die Attacke. Tatsache, kommt es auf sein letztes Pokémon auch an. Wenn es ein Kampf-Pokémon ist, ist es gut. Was ist es? Hier rum. Ist das schon der Sturz-Look? Oh, ich hätte eher einsetzen sollen, ne? Nein, er geht auf Nitro-Lader. Okay. Wenn er schlau ist, schildert er sofort. Nö. Warum schilden? Könnte ja ein Giftzahn sein. Okay, ja. Ich überrasche die Gegner mit Steinkanten. Sehr schön. Ja, manchmal ist es echt gut, dass man die vorgeschlagenen Move-Sets einfach ignoriert und, sag ich mal, zwei starke Attacken spielt. Ohne Köder-Move. Das kann auch klacken, in dem Fall, wo man es hier mit Nido-Quinn sieht. Das ist auch meine Führung. Ja, aber hier gehen wir hier rein. Hier kann ich sogar zwei Schmarrot zerdenken. Ich habe Energie auf mein Pion Draghi schon mal. Jetzt gehen wir mal auf Erdkräfte locker, schlockig. Ja, schön tun sie meistens nicht. Schmarotzer müsste ich noch überleben. Problematisch wäre, wenn er jetzt auf Steirungssieb gegangen wäre. Geht er nicht. Und wenn er gleich einen Steirungssieb macht, dann überlebe ich auch noch. Okay, er kommt gar nicht dazu. Dann gehen wir locker, flockig auf... Wobei, hier können wir jetzt die Steinkante ruhig zeigen. Ah, Erdkräfte ist aber besser. Okay, wir gehen auf Erdkräfte. Wäre jetzt nicht hier rum eingekommen, wäre ich auf Steinkante gegangen. So, wir gehen hier rüber. Ja, hier kann er die Drachenklau gerne einsetzen. Die macht nicht viel. Die halte ich locker aus. Ja, das geht in Ordnung. Weil, Sumpex ist gar nicht schlecht dagegen. Sumpex ist gar nicht schlecht dagegen. Er schädet, ja. Ich schädel nicht. Ja, jetzt kriegt er leider ein Zwischen. Was aber in Ordnung ist. Er schädelt nochmal, ja. Ja, ich krieg dadurch leider keine Aquapitze mehr durch. Schade. Na, hier muss ich ja nur auf zwei Attacken aufbauen. Lade Attackenleichter und gewinne ich gegen die Gartiner. Hm. Ja, schädelig. Ah, es wird noch knapp. Es wird noch eklig knapp. Ich brauche eine Matschbombe. Sollte ich noch überleben? Ja, sollte ich noch überleben. Oh, ich habe runtergefarmt. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Hat der gar nicht ausgeholt oder hat er unsichtbar gerade ausgeholt? Aber, das sollte theoretisch ein 5-0 sein. Oh, aber es wurde zum Schluss echt noch eklig knapp. Es war auch ein kurzer Leck eben. War ein bisschen komisch. Das sollte ein 5-0 gewesen sein. Jupp. Sehr schön. Oh, da gehen wir gleich gute Punkte hoch. Oh, Lichte. Lichte ist schön. Hätte ich gerne einen 100er mal. So langsam. Weil das ist ein guter Raidangreifer. Kann auch recht gut spicy in der Meisterliga sein. Weil das teilt echt gut Schaden aus. Aber es ist leider weit weg von 100er. So. Und, ja. 2.411 Punkte. Kann sich sehen lassen. Wir gehen wieder Richtung Veteranenrang. Den wir eigentlich schon erreicht haben. Und gehen in das nächste Set. Ja, dieses Team macht echt Bock. Kann sein, dass ich das auch die Tage jetzt weiterspiele. Weil, ja. Ich will Punkte machen. Ich will auch dieses Season wieder Legende erreichen. Und danach kann ich auch wieder spicy werden. So. Das ist eigentlich in Ordnung. Ja. Scham tut weh. Admoreim. Ja, eine Aqua Hobbits halte ich aus. So. Wie viel macht ein Knöschergenie? Hier halte ich auch easy eine Aqua Hobbits aus. Wäre ein Problem, wenn halt Sumpex noch hinten wäre. Und, ja. Er hat bestimmt 2 Wasserpopmonen hinten. So. So. Aqua Hobbits kommt. Was gut ist. Gegen. Äh. Filinara. Kann Sumpex jetzt auch nochmal ein bisschen Schaden machen. Wäre halt nice, wenn man einen Shit King würden. So. 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 Aqua Hobbits kommt. Sollte auch gut Schaden machen. Ja. Leider bin ich da. 이렇게lébt. 2. So. 18. 20. 21. 21. 21. 21. 21. 24. Ja, Sumpex ist widerlich, sag ich so wie es ist, bin ich ehrlich, nervt, Problem ist, er kriegt auch Exa-Attacken runter, Knöscher kommt, muss er schillen, ja, er kriegt leider keine Verteilungssinkung, ach, Sumpex, du nervst, du nervst einfach, ja, den Kampf kann ich hier schon nicht mehr gewinnen, ja, er hat die nächste Aquarobitze, Sumpex ist halt leider so schnell bei den Attacken, Problem ist, den Nidoqueen hätte ich auch nicht gekonnt, oh, warum ist mein Nidoqueen stehen geblieben, er wollte Erdkräfte abfangen, ja, die hätte ja aber eh überlebt, Sumpex überlebt eine Erdkräfte, und so, so low war sein Sumpex noch nicht, okay, das ist mal wieder meine Führung, das ist besser als für die Nara auch, finde ich, muss nur aufpassen, dass er nicht abfängt, genau so, relaxo, ja, gehen wir safe auf die Matschbombe, und wir gehen hier rein, relaxo ist natürlich strong, strong und nervig, aber hier kann er nur auf Bodyslam gehen, und ich müsste in der Lage sein, hoffentlich runterzufahren, das wäre cool, oh, ich muss einsetzen, habe ich doch, ähm, ja, äh, unterschätztes relaxo, ja, ich gehe trotzdem hier rein, hm, nein, hier kann ein Kraftkulass kommen, schade, was kommt jetzt rein, ich habe immer einen Energievorteil, ach, das relaxo war schon eklig, er geht trotzdem, was sehr gut ist, dann hat er noch was schwaches, Trombok oder so, dann setzen wir hier Knöscher erstmal ein, gehen jetzt rüber, fangen sogar die Attacke ab, das ist gut, lassen wir mal durch, was ist es, Steinheil, perfekt abgefangen, ne, es ist ein Walreiser, ok, sehr schön im Gleichstand, Erdbeben kommt, Erdbeben kommt, Erdbeben kommt, Erdbeben ist geschädet scheinbar, was es in Ordnung Ja, ich will aufwürgen. Ah, er kriegt die Extra-Attacke, das ist das Nervig daran. Ah, ich kann rübergehen. Ja, dürfte aber kein Erdbeben sein, dürfte eigentlich kein Erdbeben sein, genau. Hier schnell auf Knöscher gehen. Diox ist weg, hier muss er einsetzen, wenn er was reißen will, aber kommt da nicht rechtzeitig zu, perfekt. Sein Fehler war es in Pion Draghi nicht in Walreiser gedankt zu sein, sondern in, wie heißt es, Dioxys wieder, weil so hat er halt einen Knöscher kassiert. Gegen Walreiser wäre Knöscher gar nicht so extrem schlimm gewesen, er ist der Zweite. Also, der hätte zwei auf jeden Fall überlebt, Walreiser. Ah, okay, das haben wir eben echt gut noch umspielt. Fi-ja-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. So, ich hoffe, es ist nur eine Nitro-Ladung. Ich habe schon mal Sturzflüge abgefangen. Nein, das ist eine Nitro-Ladung, perfekt. Ja, sagen wir mal, wenn jetzt das hier rauslockt. Problem ist, wenn der Gegner hinten so einen Pex hat. Das wäre jetzt echt problematisch. Also, wir gehen hier schön auf Aqua-Hobitzen-Schaden. Er muss einsetzen, genau. Und jetzt werde ich mir mit Nidoqueen Energie holen. Nichts schilden. Weil, ja, Bodyslam geht. Edoqueen ist XL. Ja. Willst du das wirklich tun, mein Freund? Na, wird eine Nitro-Ladung sein, ne? So. Und selbst wenn er die jetzt schilden sollte... ...was er nicht macht, perfekt. Nein, ich muss hier rüber. Weil hier habe ich den Energievorteil. Oh, Knäscher. Ich werde auch, äh, das Walreiser hier schilden. Ich muss nur aufpassen, wenn ich ihn abfangen. Ja, leider schenkt ich ihm die Attacken. Oh, Walreiser ist in Wahrheit das Problem hier. Eissperr überlebe ich. Ja, Eissperr überlebe ich. Ja, er fängt auch total perfekt ab, ne? Also, wirklich. Ja, muss ich schilden. Muss ich schilden. Und jetzt versuchen runterzufahren. Ja, hat geklappt. Gleich direkt Knäscher. Ah, ich hasse Walreiser. Ja, er muss hier einsetzen. Aber ich glaube nicht, dass ich das noch gewinnen kann jetzt. Ich glaube nicht. Ach, ärgerlich. Ärgerlich. Hätte ich vielleicht auf Matschbombe gehen sollen? Wahrscheinlich eher, ne? Ich weiß aber gar nicht mehr, ob ich die Ready hatte. Schade. Steinkante schön gegen Fiaro gehauen. Ja, hier versuchen wir wieder dasselbe. Das war gar nicht mal so schlecht. Und rüber da. Okay, diesmal kassiere ich den Sturzflug. Was aber nicht schlimm ist. Weil ich das ekelhafte Vieh jetzt rauslocken kann. Hm. Ne, ich schild einmal. Alles Gute ist, so viel kann er nicht farmen. Er schildet. Perfekt. Okay, er kann doch mehr fahren, als ich dachte. Aber hey. Knirscher 1. Ja, er kriegt eine Ex-Attacke. Nervig. Ja, das dürfte nur ein Eisbär hoffentlich sein. Oh, ich hasse Walreiser. Walreiser nervt richtig. Er geht auf Erdbeben. Ne. Happy Birthday. Er geht auch noch auf Erdbeben. Ja, ich muss hier schönen. Ich muss hier schönen leider. Bitte lass dich runterfahren. Danke. So, hier kommt es auf Timing an. Ich habe die Steinkante. Hoffentlich respektiert er nicht. Okay. Ja, das ist trotzdem leider vorne an. Er braucht nur den Spukball. Oh, hätte ich das mal geschädelt, ne. Jetzt wäre wieder Giftzahn noch besser. Jetzt wäre Steinkante-Giftzahn besser. Aber Spukball nimmt mich auch leider raus. Schade. Oh, das ärmt mich. Aber warum ist er gegen Sumpex nicht in Trombok gegangen? Naja, egal. Ja, das Plano Draghi wäre gegen Ende noch wichtig gewesen. Nach Tara. Hier check ich immer erst aus, ob er Psychokinese oder Zuflucht hat. Und ne Matschbombe will ich immer drauf kriegen. Und er hat die Zuflucht. Er kriegt jetzt ne Attaconta, ja. Ist aber nicht schlimm. Ich kann jetzt ein Nidoqueen. Hier kann ich nämlich die Zuflucht, äh, Schmarotzer auch durchlassen. Nach Tara ist mehr der Tank. Oh, willst du das wirklich tun? Dann setzen wir jetzt ein. Steinkante kommt. Es klappt immer wieder. Fiaro ist weg. So, hoch rein gehst du. Nach Tara wieder, okay. Dann nehme ich an, du hast was Schwaches gegen Nidoqueen. Äh, ja. Was Schwaches gegen Nidoqueen. Vielleicht ein Dings. Oh, wie heißt es denn ein... Ich gehe rüber. Wie heißt es? Registriert? Vielleicht hinten, maybe. Oder ne Fee. Das kann natürlich auch sein. Ja, Fee ist richtig. Und ich bin so doof. Ja, bin ich. Aber ich muss auch hier einfach nur schüllen. Aber trotzdem, ja. Ich hätte auf Matschbombe gehen müssen. Da habe ich gerade leicht gepennt. Ich wollte auf zwei Matschbombe aufbauen. Das sind klar. Ja, aber ich muss ganz gut sein. Du hast es nicht zu hören. Ich mache dich nur im Ohren. Ich mache die ersten Zeichen. Du hast es nicht zu hören. Du hast es nicht zu hören. Du kannst es nicht zu hören. Kann jetzt rüber. Ah, er schafft den Schmarotzer. Ich habe das geworfen. Ich habe es geworfen, leider. Ah, ich ärgere mich. Wobei. Nee, das sollte eigentlich klappen. Gerade so, aber ich habe es unnötiger gemacht, als es war. Ich habe es unnötiger gemacht, als es war. Weil ich hätte einfach nur auf Matschbombe drücken müssen. Auch nur gleich beim ersten Mal. Auch wenn da was durchgekommen wäre. Oder ködern müssen. Blabliblub. Aber ja. Leider verlieren wir wieder ein paar Pünktchen. Gehen auf 2396 wieder. Schade. Aber insgesamt heute Plus gemacht wieder. Und das ist es, was es doch zählt. Dass man Plus macht. und äh... Wo ist es denn? Ja, wir haben noch 60 Tage und 7 Stunden. Das war das letzte Set. Aber egal. Für die Folge soll es das gewesen sein. Haut rein. Bis nächstes Mal. Ciao. Und neuer Spruch. Habe ich aber schon im letzten Video jetzt von heute gesagt. Äh... Ja, für euch heute... Naja, für euch jetzt gestern. Für mich heute. Ähm... Möge das Chakra mit euch sein. Möge das Chakra mit euch sein. Vielen Dank.